Bist du auf der Suche nach einem neuen Mini-Beamer? Dann ist dieses Video genau für dich geeignet. Heute möchten wir dir nämlich mal den unserer Meinung nach besten Mini-Beamer auf dem aktuellen Markt vorstellen. Wir werden dir alle Infos und Funktionen dieses Mini-Beamers mitteilen, sodass du schauen kannst, ob dieses Modell vielleicht auch für dich geeignet ist. Danach werden wir dir aber auch noch eine günstigere und eine teurere Premium-Alternative vorstellen, sodass du gut vergleichen kannst. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran, um alle Modelle mit ihren wichtigsten Eigenschaften und Funktionen kennenzulernen. Alle Mini-Beamer sind auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn du also noch weitere Infos zu einem der Modelle erfahren oder einen der Beamer direkt bestellen möchtest, kannst du das dort über diese Links tun. Lass uns nun aber das eigentliche Video mit unserer ersten Empfehlung starten. Der beste Mini-Beamer ist unserer Meinung nach der aktuelle Q2 von Vimeos. Dieser intelligente DLP-Beamer kommt mit ganz vielen starken Eigenschaften und Funktionen. Erst einmal überzeugt er durch seine extrem kleinen Abmessungen von lediglich 6,3 x 6,3 x 6,3 cm und seinem extrem leichtem Gewicht von 210 Gramm. Dadurch ist das Modell kleiner als eine Cola-Dose und kann ohne Probleme beispielsweise auf einem Smartphone platziert werden. Und Smartphone ist auch schon das richtige Stichwort, denn durch die WLAN oder auch Bluetooth-Konnektivität kann der Mini-Beamer von Vimeos mit dem Smartphone verbunden werden und Inhalte direkt von diesem abspielen. Dabei bietet er eine starke Full-HD-Auflösung sowie auch solide Kontrast- und Helligkeitswerte. Er kann auf eine Größe von bis zu 300 Zoll projizieren, ein ziemlich starker Wert für einen so kleinen Beamer. Dabei ist das Modell auch ohne Probleme als Ultra-Kurzdistanz-Beamer verwendbar, kann also auch sehr nahe Bilder projizieren. Durch das Android 7.0 System, welches hier vorinstalliert ist, hat man auch einen direkten Zugriff auf alle wichtigen Streaming-Dienste und sonstigen Apps durch die Google Play Store Anbindung. Durch den verbauten Akku des Modells hat man hier eine Spielzeit von zweieinhalb Stunden, bis das Modell wieder aufgeladen werden muss. Des Weiteren kommt das Modell mit einem ziemlich hochwertigen und auch abgerundetem Design. Geliefert wird der Beamer auch mit einem Drehständer, auf dem er um 360 Grad bewegt werden kann. Auch durch weitere Anschlüsse wie beispielsweise USB unter dem E-Port kann es überzeugen. Es ist sowohl für Indoor- als auch Outdoor-Einsätze geeignet und kann wie gesagt wunderbar mit einem Fernseher, Laptop oder auch Smartphone verbunden werden. Dieses leistungsstarke und moderne Modell aus dem Jahr 2023 ist aktuell für etwas über 200 Euro erhältlich, wenn man den derzeit erhältlichen Rabattcode einlöst. Wenn ihr dies nun tun wollt oder euch einfach nun mal genauer zu diesem Mini-Beamer zum Q2 von Vimeos informieren möchtet, könnt ihr das nun über den ersten Link in der Videobeschreibung tun. Dort könnt ihr auch die über 100 Kundenbewertungen durchlesen, die den Beamer im Durchschnitt mit 4,8 von 5 Sternen bewertet haben. Also auch bei den Kunden kommt das Modell sehr, sehr gut an und bestätigt damit unsere Meinung. Aber ihr solltet euch natürlich selbst eine Meinung bilden. Wie gesagt, alles weitere zum Modell über den ersten Link in der Beschreibung. Wie versprochen, möchten wir euch jetzt aber auch noch eine günstigere und eine hochwertigere Alternative vorstellen. Als günstige Alternative ist der Geomar Mini-Beamer zu empfehlen, der ebenfalls aus dem Jahr 2023 stammt. Dieses Modell ist knapp 100 Euro günstiger als der eben vorgestellte Vimeos Q2. Mit 22,2 x 19 x 9,3 cm in Abmessung ist er aber auch schon einmal wesentlich größer, kann also auch nicht so leicht transportiert werden. Dafür ist er auch ganz einfach mit einem Laptop oder Smartphone koppelbar. Das Modell besitzt eine WiFi- oder auch Bluetooth-Schnittstelle, womit hier viele verschiedene Geräte anschließbar sind. Auch kann man so beispielsweise ein Heimkino-Soundsystem anschließen, jedenfalls wenn dieses Bluetooth-fähig ist. Der Beamer überzeugt auch durch seine extrem große Skalierbarkeit auf bis zu 300 Zoll, sein extrem hohes Kontrastverhältnis von 10.000 zu 1 und seine 1920 x 1080 Pixel, also Full-HD-Auflösung. Er besitzt so ziemlich all die wichtigsten Funktionen und technischen Daten, wie der eben vorgestellte Vimeos Q2, kommt dabei aber mit einem wesentlich größeren Design und auch einem nicht ganz so modernen Gehäuse. Aber wenn das für euch kein Problem ist und wenn es bei euch vor allem um den Preis geht, dann ist der Geomar Mini-Beamer eine gute Alternative. Alles weitere zum Modell über den zweiten Link in der Videobeschreibung, wenn ihr dieses Modell bestellen oder euch zu diesem Gerät einfach erstmal noch informieren wollt. Bleibt aber auch gerne dran, denn als drittes und letztes möchten wir euch den Premium Mini-Beamer im Vergleich vorstellen. Und das ist der Halo Plus von X-Gemmy. Dieser leistungsstarke Mini-Beamer kommt mit einer Full-HD, also 1080 Pixel Auflösung. Er besitzt ein hochwertiges und trotzdem recht kompaktes Maß von 11,3 x 14 cm in der Standfläche und 17,1 cm in der Höhe. Er ist damit etwas größer als der Vimeos-Beamer, aber trotzdem kleiner als das eben vorgestellte Geomar-Modell, bewegt sich also in der Mitte. Hinter dem hochwertigen Gehäuse verbirgt sich allerdings auch neben vielen smarten und leistungsstarken Funktionen zwei 5-Watt-Hamann-Kardon-Lautsprecher, welche für einen atemberaubenden Sound sorgen. Sie unterstützen auch Audio, Dolby Atmos und Dolby Digitalen Studio Sound. Der Beamer kann aber auch mithilfe seiner Bluetooth-Schnittstelle mit weiteren Boxen verbunden und somit in ein Heimkino-System eingebunden werden. Das Modell, welches Android TV 10.0 installiert hat, bietet auch also direkten Zugriff auf viele Streaming-Dienste. Wie gesagt, kann man aber auch durch die Bluetooth-, WiFi- oder Chromecast-Funktion Inhalte direkt von seinen Android- oder Apple-Geräten oder auch seinem Laptop abspielen. Erwähnenswert ist auch noch der leistungsstarke 60-Wh Akku, welcher 2,5 Stunden Laufzeit mit dem Beamer bietet. Wie schon erwähnt, besitzt das Modell aber vor allem viele Bildoptimierungsfunktionen. Dazu gehören automatische Bildanpassungen, die also das Bild an die Raumeigenschaften und auch die projizierte Wand anpassen. Und dazu gehören auch viele Bildoptimierungsfunktionen an sich, die also einen besseren Kontrast, eine bessere Schärfe sowie auch eine Echtzeit-Helligkeitsanpassung bieten. Auch besitzt der Beamer die High Dynamic Range 10-Funktion. Diese ist vollgepackt mit dynamischen Metadaten, welche für ein Bild mit extrem hohem Kontrastverhältnis und phänomenaler Farbtiefe sorgt. Ja, der Halo Plus hat also viele Eigenschaften und Funktionen, womit er sich nochmal von den üblichen Modellen abhebt. Unser Favorit in Sachen Preis-Leistung ist aber wie gesagt das zuerst vorgestellte Modell von Vimeos, der aktuelle Q2. Aber ihr müsst euch natürlich eure eigene Meinung bilden, deswegen haben wir euch auch drei verschiedene Beamer letztendlich vorgestellt. Alle drei Modelle sind auch in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr euch noch weiter zu den Geräten informieren oder eines der Modelle auch direkt bestellen wollt. Ansonsten bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit, lasst dem Video gerne mal eine Bewertung und dem Kanal ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Vielen Dank und bis dann.